So, wir haben ein neues Team bekommen. So schnell kann das gehen. Ich sollte den Wind auf mich machen. Wow, der ist ausgewichen. Geil. Hätte ich jetzt nicht so erwartet unbedingt. Benimmt sich aber dann doch im Endeffekt sehr wie ein Bot. So, wir haben ein neues Team. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ha, das wird aufgenommen Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich schneide das mit Sicherheit nicht raus Ich habe, wie gesagt, hier wird alles gnadenlos aufgenommen Auch meine eigenen Fels Hauptsächlich sind Ich habe, wie gesagt, hier wird alles gnadenlos aufgenommen Lass mich doch zu Ende schreiben, ey Nein, ich sitze so weg, wie gesagt, hier wird alles gnadenlos ahmet So, es gibt noch einen Kampf hier um 1 Uhr nachts gegen wohl gute Gegner. Na dann, toi toi toi. Wir hatten gerade mega das knappe Spiel, wo wir noch ein ziemliches Comeback hingelegt haben und dann 20 zu 19 gewonnen haben. Das war auch ein gegnerischer Sinn, das war mega krass. Okay, das wird jetzt auch hart werden. Oh, das ist... Das ist das Ziel der Wiederbelebung anzuklicken und so. Wir sind ja doch nicht so gut. Ich hab mir schon übelst die Sorgen gemacht. Das ist das Ziel. Ah, was? Ach, scheiße, ihr habt nicht aufgepasst, ey. Ich wollte den einfach nur killen, irgendwie. Aber die hatten irgendwie... Ich dachte, da wären noch drei Leute oder so von mir übrig. Aber auf einmal war ich da nur noch alleine. Es steht 8 zu 8, wie ist das möglich? Wow, knapp, Alter. Das sind doch mehr die Noobs, Alter. Kann man ja fast so locker wegfahren. Äh, was? Ging auf mich? Scheiße. Ich hätte doch in die ganz andere Richtung geguckt und geschossen. Firefly. Wow. Hm. Gut, dass ich dem noch entkommen bin. So, und jetzt auf Firefly. Ha, geil. Sehr schön. Wow, es wird mal wieder Zeit für einen Kampf. Wir haben schon jetzt einige Siegel hinter uns. 23 oder sowas. Ähm. Ein ziemlich richtig gutes Team. Genauso, das habe ich mir gewünscht. Wir werden es wohl mit einigen Springgegnern zu tun kriegen. Gut. 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 Gefällt mir. Ja. Ja, das ist hingeredzt. Gut. 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 Ach, ich hätte mir etwas mehr erwartet von denen. Yeah, entkommen. Ach, Mist. Run, run, Rudolf, now I've got to make it the sound. Time to make it hurry, tell me he can take the freeway down. Run, run, Rudolf, I really like a merry-go-round. Ah, er läuft hinter mir her. Und wird dann letztendlich getötet. Was was sonst? Da 25 Siegel jetzt. Okay, ähm. Ich glaube, hoffentlich wird dieses Jahr unser 30. Sieg. Los geht's. All 255. Wow. Nice. 8 zu 0 schon. Und das gegen Kamurio Rei und... ... ... ... Ha, Kautaut. Oh, es geht gut ab hier. Okay, es ist geil. Geil. Willkommen zu unserem wahrscheinlich wohl 35. Sieg in Folge. Es ist mittlerweile halb drei nachts und... Boah, ich bin so müde. Ach, Nuramon, bitte mach... ...noch bis 40. Dann bin ich aber auch voll am Ende, ey. Ich bin mega müde. Achso, die wollen 2x6 machen. Ach, dann muss ich ja wieder zugucken. Tja, falls man ja wohl was sehen kann. Ich glaube nicht so wirklich. Aber wir haben immerhin schon einen Punkt gemacht jetzt. Es sind so viele Noobs unterwegs. Unglaublich. Oh, Gott. Oh, der Tod. Die beiden. Oh, Mann, ey. Wenn die gegen zwei schon Probleme haben, wieso denken die dann, dass sie es hier gegen uns alle schaffen können? Oh, Mann, ey. Stirb. Oh, hier kann man auch gut zugucken. Muskelzimmer. Mach den da drüben fertig mal. Geht doch. Und auch da tötet er wieder den heranstürzenden Gegner. Und again. Nichts vermag diese Killermaschine zu stoppen. Droppt einfach einer nach dem anderen. Ja, aber jetzt hat es ihn erwischt. Aber wir haben gewonnen. Das war es wohl wert. So, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Action um 10 vor 3. Ein 2 vs. 6 mit mir und diesem Dominus Gladii. Danach nochmal eine Aufnahme. Das wird dann der 40. Sieg und dann muss ich auch offline. Dann muss ich echt pennen. Ich muss morgen nach Holland fahren, also ich muss halbwegs aufgeschlafen sein. Oh, nein. Schon hat es mich erwischt. Einen Moment, nicht aufgepasst. Oh, ich hasse das, da wieder reinzulaufen. Ach so eine Scheiße. Ich hab da mal Pech, Alter. Und dann geht's, da wieder reinzulaufen. Bis jetzt bis jetzt. Wir sind plötzlich alle tot. Kann doch nicht sein, Leute. Oh! Toll. Alle Geräts hier hinten. Und ich verscheiß da hinten. Ich verscheiß da drüber auch noch. Ich bin jetzt tot, Alter. Ja, scheißig Sinn. Gar nicht gut. Circle 9. Jetzt müssen wir mal ein bisschen pushen hier. Das fühlen die auch noch, ey. Ach, geht doch. Ach, Mann, 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 Mann. Okay, dann wollen wir mal in unser letztes Spiel heute gehen. Bis Sonntagabend dann. Ja, so ist das. Dabei macht's wirklich richtig Bock, ey. Ich hätte so Lust, morgen weiterzuspielen. Ah, das wird wohl alles nichts mehr. Stirb. Ich habe sieben Stunden lang gespielt. Ja, ja. So lange bin ich hier schon online. Okay. Ah, geil. Vielleicht wären die besser für ein 2 vs. 6 geeignet gewesen. Naja, also dann, du wunderschöne Drachenarena, bis Sonntag erst wieder.